Also Tipps um Posen habe ich keine für Badefotos. Ich habe gesagt, ich will die lustigste, die schönste, die crazy Fotos. Darum alles, was heute in den Kopf kommt, dann ist gleich. Also nicht genau posieren, sondern wirklich crazy Fotos. Lustige Fotos, das will ich zum Beispiel beim Springen im Wasser oder oben ohne oder ich weiss es nicht. Einfach lustige und crazy Bilder oder voll von Sonnencreme mit coole Sonnenbrille mit Hut. Wie gesagt, man kann alles benutzen, alles, alles.